Was für die Mama ist? Ich glaube, sie war gar nicht zu Hause. Was machen wir jetzt? Drei Wochen jetzt. Jeden Tag weniger Hoffnung. Wann kommt Ihre Schwester an? Schön, euch wiederzusehen. Frau Holt. Alan Jürgens, Jugendamt. Ich werde nicht bleiben. Wir müssen eine Lösung für Lea Ansari finden. Wann bist du überhaupt gekommen? In dieser geschissenen Situation sind Sie das Beste, was Ihren Nichten passieren kann. Oh, Scheiße. Wer war das? Jeder hat's gedacht. Nur keiner hat ihn geholfen. Sie müssen was unternehmen. Er stört den Unterricht, er stiehlt und jetzt verprügelt er auch noch unsere Kinder. Rami muss weg. Das Opfer schweigt, der Täter leugnet keine Zeugen. Hängen wir ihn auf? Dr. Schüttler kümmert sich darum. Er hat Anzeige gegen Rami erstattet. Gegen Rami? Das sieht jetzt so aus, als gäbe es eine gewisse Unstimmigkeit zwischen der Elternvertretung und der Elternschaft. Wählen wir neu! Das ist ein Warnschuss. Du sollst ihren Jungen in Ruhe lassen. Das kann uns um die Ohren fliegen, oder? Du sorgst dafür, dass das nicht passiert. Bist nicht Anke oder diese kleine, beschissene Lügnerin, die hier meine Karriere zerstören? Du machst das! Meine eigene Frau! Ein Mädchen wird misshandelt. Und es schert alle einen Dreck! Misshandelt? Misshandelt? Marie, die Kinder brauchen dich! Ich lass nicht zu, dass du das alles kaputt machst!